Komm mal hier oben ins Regal, komm pack mal den. Guck! Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Und wie ihr schon seht, es wird Aspire 2 Gameplay-Material geben. Und das Game ist aktuell im Meta-Quest-Store für 29,99 Euro erhältlich. Und ich finde es ein echt guter Preis für das Game. Und es bietet einen Singleplayer-Modus, einen Mehrspieler-Modus. Und wir haben uns heute den Mehrspieler-Modus gewidmet. Mit wir ist der Alex und ich gemeint. Der Alex ist bei uns in der We Are World Germany Facebook-Gruppe Moderator. Und wer die We Are World Germany Gruppe nicht kennt, hier einmal. Der Link ist unten in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne mal drauf gehen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns joinen würdet. Da ist jeder willkommen, egal mit welchem VR-Headset, mit welchem VR-Headset Vorlieben. Ja, jeder kann joinen und wird da freundlich behandelt. Zurück zu Aspire. Also wir haben hier einen Stealth-Shooter. Wir waren semi-gut beim Stealth. Beim Shooter waren wir ganz gut. Also es ist echt verdammt schwierig, da wirklich leise zu bleiben. Es war aber auch unser erstes gemeinsames Gameplay. Von daher müssen wir uns dann auch vernünftig abstimmen. Aber es hat verdammt viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Zum Gameplay muss ich jetzt leider sagen, in-game haben wir uns leider nicht gehört. Wir haben dann eine Party eröffnet. Da haben wir uns natürlich gehört. Die Party wurde aber leider nicht mit aufgenommen. Das hat, glaube ich, datenschutzrechtliche Gründe, warum das nicht funktioniert. Das wird dann irgendwie blockiert. Tut mir leid, ihr hört den Alex also nicht. Ihr hört nur mich. Ja, schade. Aber ging jetzt nicht anders. Vielleicht kriegen wir es dann irgendwann mal hin, dass wir es vernünftig aufnehmen können. Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit auf die Schnelle gefunden. Aber nichtsdestotrotz, ja, das Gameplay könnt ihr euch natürlich trotzdem anschauen. Es ist ganz witzig geworden, finde ich. Und ja, manchmal haben wir uns gut angestellt, manchmal weniger gut. Aber ja, da könnt ihr euch selber euren Eindruck von einholen, sage ich einfach mal. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal unten in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Game haltet. Habt ihr es schon gezockt? Habt ihr es noch nicht gezockt? Und ist das was für euch aufgrund des Videos jetzt, wo ihr sagt, ja cool, dann macht bestimmt Spaß? Also ich finde den Spaßfaktor echt mega gut. Besonders im Koop, muss ich sagen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wir haben einmal, ja, so einen großen Roboter, der auch eine gute Rüstung hat. Und dann haben wir halt einen ganz kleinen Roboter, den hat der Alex übernommen. Und ja, der ist halt weniger sichtbar für die Gegner und kann besser schleichen. Und steckt natürlich nicht so viel ein. Aber ja, da hat jeder seine Stärken und Schwächen. Und ja, das hat echt Bock gemacht. Aber ja, jetzt will ich euch nicht lange auf die Folter spannen. Schaut euch einfach das Gameplay-Material mal an. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Okay, wir sind direkt im Spiel, ne? So, wir schauen mal, ob wir hier Gegner haben. All righty. Green light from eyes. Hm, we're seeing fortifications. Ah, da oben wenn jetzt der Laptops angezeigt. So, die Laserfallen können wir mit dem Tool immer. So, hier. Die musst du ausschalten, weil ich, da bin ich, glaube ich, zu groß für, oder? Ne, doch nicht. Ich weiß nicht, gibt es Punkte, wenn wir die ausschalten? Hier ist noch eine Pistole. Damage received. Warum ist der DSE explodiert? Ich glaube, wir kriegen jetzt Besuch, oder? Ja, ja, die kommen, keine Ahnung, ich bin da irgendwie scheinbar rangekommen mit dem Multi-Tool. Warte, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben ja hier an der Hand, an der Hand haben wir ja auch so eine Kamera, da kann man immer ein bisschen umgekehrt schauen. Ist auch ganz cool. Ja, komm, schalten wir den aus, ne? Den Turm. Schauen wir mal, wie Alex das macht. Ja, du bist ja schön klein. Sehr gut. Dann haben wir hier noch Munition, die sollten wir uns einpacken. Einfach immer reingreifen. Aber für die Leute, die jetzt hier zuschauen, man kann auch diese Anzeige komplett ausschalten. Also, ich habe sie jetzt erstmal angelassen, wenn man einen Überblick hat, wie viel Energie man noch hat. Aber ist alles ausschaltbar. So, hier sollte man auch immer reinschauen. So, hier ist eine Energiezelle noch für dich. Da sehe ich wieder was und ich höre auf. Okay, zwei Geschützt-Türme sehe ich. Okay, ich gehe mal in den Tunnel rein. So, bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. So, den ersten Turm habe ich jetzt gleich. Okay, da draußen sind auf jeden Fall auch einige. Geo-Authentikator, fancy. You'll both need to place your hands on them at the same time. Ja, im Koop-Modus muss man immer zwei Laptops gleichzeitig aktivieren, damit die Türen aufgehen. Das hat man natürlich auch ein bisschen Gameplay, Koop-Gameplay, ne? So, ich würde sagen, fahren wir mal hoch, oder? Okay, den schocke ich jetzt erstmal hier. Na, Sonnen schmeiße ich auch hier rein. Ich weiß gar nicht, ob die denn als tot gelten. Ne, der schläft noch, okay. So, man findet immer Waffen, die kann man freischalten, aktivieren. Indem man mit dem Multitool hier... Aber das klappt nicht immer. Biometric Lock. Deactivated. Waffe habe ich aktiviert. Boah, wir sind ja echt böse, ne? So, wo haben wir ein Laptop? Wir haben da oben... Und da hinten geht es eine rote Leitung lang, ne? Gehst du da hinten hin? Ich gehe klettert hoch. Enemy Security System Compromised. We've got Tango's coming your way. Oh, da kommen welche. Come on, now investigating the warehouse. Okay, wir haben die Gegner gesehen. Das ist scheiße. Ja, wir wollten es leise machen, aber es ging nicht. Wolliger Arbeiten, würde ich sagen. Der läuft jetzt weg, okay. Ich habe auch... ...6 Betäubungsschüsse. Das ist doch auch cool, oder? Ach, der schlägt schon. Rückwärmungsschüsse und bleib auf hohen alert. Komm, 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 komm. Weg, 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 weg. Da kommen welche, da kommen welche. Ohi, ohi, ohi. So, den kann man schön... ... kann man hier schön verkauen. Da ist auch noch eine Power-Zelle drin. Okay, da oben ist einer. Den müssen wir uns aber... So, du bist hier? Ja. Okay, meinst du, den kannst du holen? Ich passe auf, wenn der jetzt... ...wach werden sollte, schieße ich. Jawoll. Nee, doch nicht. Jetzt aber. Das ist gut. So, wir haben... Wir haben hier jetzt noch einen. Wobei ich nicht weiß... Das ist... Oh, das ist ein Hologramm. Also, Hologramme dürfen wir nicht angreifen, ne? Ich würde den einen jetzt ausschalten. Habe ich den jetzt markiert für dich? Nein. So, den hole ich mir aber. Den Typ. Bitte? Die zwei sehen mich nicht. Du denkst, du denkst, du bist smarter als ich? Warte. Okay. Aber das... Oh, da ist noch ein Roboter, sehe ich gerade. Siehst du den auch? Okay, dann schießt du auf den, der weiter weg vom Container steht. Und ich nimm den am Container, okay? Attention all units. Ready? No sign of the enemy. Resume your patrols. Warum hat er nicht schossen? Ich meine mit Betäubungsfeil. Ich wollte es eigentlich leise machen. Okay. Ne, kein Problem. Dann müssen wir das anders schnell regeln. Hier ist noch eine Powerzelle. Brauchst du noch? Können wir nochmal hochfahren? Oder wir klettern einfach. Presenforcers. We have lost sight of the Spire. HQ is lifting the alert. Stay on guard. Und der schlägt immer noch hier. Na komm. Runter mit dir, du. Ah, okay. Okay, hier geht's nicht. Jetzt müssen wir um die Ecke kackseln. Ich bin um die Ecke gekommen, irgendwie. See you in patrol. Und weg. Okay, der eine ist am Laptop da oben. Better get back to it. Better get back. Okay, ganz da oben ist noch ein Hologramm. Da müssen wir aufpassen. Du hast noch eine Kamera. Okay. Versuchen wir hochzukommen. So this is where... So this is where... Oh, you see in the business. So this is where... Camera feed disconnected. Hostile inbound. Unit, we've lost CCTV in your area. Please investigate. We're leaving patrol. Huh? What's that? What the fuck is... Okay, der schläft, aber... Aber da kommt noch... Ach man, warum geht das denn nicht in leise? Oh, den hab ich auch. Boah, haben wir jetzt noch was. Dann schalten wir sie mal so aus. Also Leute, es geht auch in Ruhe. Aber wir sind auch in der Überschrase. All units, we have lost sight of the enemy. Sweep the area and eliminate any intruders. Magazine depleted. Stirb doch endlich. Okay. Okay, dann kommen wir hoch. Yeah, Geronimo. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir einmal auf die andere Seite. Bleib du hier an den Laptop? All units, find and eliminate the intruder. Ja? Ja, ja. Aktivieren. Okay, schnell raus hier. Wir kriegen die maximale Punktzahl. Missionsausgaben minus 18.000. Da wäre ja noch eine Stealth-Waffe. Ist auch cool diese Funktion, dass du die von Weitem heranziehen kannst, die Sachen, ne? Okay, Eis-Konnexion aktiv und stabil. Gut zu sehen, niemand ist puking this time. Nix, watch that stomach. Du musst auch einen Weg in die Sicherheitswaffe finden. Aber das sind Roboter. Sehen die mich? Wenn ich mich jetzt so verstelle wie die. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Die sind darauf reingefallen. Ja, das sind unsere Einheiten. Okay, die machen gar nichts. Das sind unsere Brüder. Hi. Okay, wo müssen wir dann? Da wäre noch Munition. Hier geht's weiter wahrscheinlich. Zwei Gegner. Oh, da draußen sauerner, um die Ecke. Den müssen wir uns als Erster, glaube ich, holen. Okay. Drei in 4. Die Ecke. Oh, da kommen wir direkt. Oh, die kommen in mir, ja. Drei in 4. Drei in 4. Ja, dann nimm dir hier das Multi-Tool und dann laufen wir dir hinterher. Oh, das war knapp. Die wollten gerade Alarm schlagen. Komm schnell in den Raum hier. Wie so ein Waschlappen in die Ecke geschmissen. Das sieht aber auch cool aus. Du hast es schwer zu tragen, ne? Komm, ich mach das. Komm mal hier oben ins Regal, pack mal den. Guck. Passen die alle da rein? Komm, probieren wir mal. Jetzt zumachen. Komm. Jawoll. Yes. Finden und deaktivieren Sie die Energiequelle, um diese Tür zu öffnen. Blaues Kabel. Okay, wir müssen sie deaktivieren. Stimmt. Ich bleibe bei der Waffe hier. Okay, das ist wieder einer von uns. Oh. Okay. Okay. Spann's nichts, ne? Jam! Look for an override switch nearby. Komm's to God durch? Why that here? Aber guck mal, da wird uns irgendeine Angezeigt dahin. Brauchst du noch eine Dings? Hier ist noch eine Energiequelle. Ich hab 54. Wir sollen die Kameras aushalten. Oh, was ist das? Oh je. Was machen wir denn gegen den, du? Ja, aber wir wollen ja langsam arbeiten. Der ist aber auf jeden Fall sehr langsam. Der ist aufmerksam geworden auf uns. Der ist zurück. Oh, jetzt kommt er. Der kann uns nicht sehen, oder? Ich glaube, gegen den verlieren wir. Der hat eine richtige Minigun. Guck mal, der geht jetzt die Treppe da runter. Okay. Oh, hier sind Energiezellen. Komm. Snack dir mal die zwei da. Oh, wir müssen uns verstecken. Komm. Die kommen. Uiuiui. Wo ist der, wo ist der dicke Typ? Wir gehen wieder. Der dicke, der dicke kommt. Ich hole mir die jetzt. Ja. Nein, nein. Bleib da. Ich werfe die Gegner. Wir müssen die Gegner verstecken. Ach. Der kommt, der kommt. Ich nehme meine Herzgeräte, oder? Der wird fast gemein in den Schrank hier. Hier ist ein Luftschacht. Komm. Nee, warte. Hier oben war eine Kamera. Die müssen wir kaputt machen. Die war da oben. Okay. Mach dich kaputt. Okay, eine ist kaputt. Jetzt können wir weiter. Also eigentlich brauchen wir gar nicht gucken, ob wir die Gegner irgendwie ausschalten, sondern wir müssen nur die Kameras kaputt machen. Und das geht mit dem Schall, äh... Schallpistole. Wo haben wir eine? Kannst du eine sehen? Nein. Au reing kaç. Der hat ein próprio den SchrittELm suced. Oh. Ich habe hier gemacht. Wir 비슷bar. Ey, das ist alle zurückgekommen, meine Schrauben, Ja, brauche ich gleich, auf jeden Fall. Siehst du gerade? Cinder, repaired. Ich muss wieder zurückkommen. Kamera tot? Drei Kameras haben wir noch. Aber wo sind die noch überall, die Kameras? Echt? Hey! So, jetzt müssen wir die Toten schnell weg und fallern. Biometric Lock, deactivated. Ich hab die Waffe geknackt, aber ist egal. Also wenn du noch dicke Waffe brauchst. Ja, blöd ist, die können sofort aktiviert werden, ne? Oh, Kamera, okay. Oh Gott. Roboter sind aktiv. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich fahr auch hoch. Oh Gott, hier ist der Dicke. Ne, nicht der Roboter, sondern so ein Typ. Ich bin jetzt ein Typ. Ich bin jetzt ein Typ. Ich bin jetzt ein Typ. Gunntag, back up! Gunntag! Gunntag! Ah, come on! Ah! 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 Spassier. Man riecht. Jetzt?! Hier sind, äh... Strike Team kommt. Gerade überall hier hin. ich glaube man muss sich jetzt irgendwie mal sehr gut wenn man es erst mal finden würden wieder ach da bist du, komm runter, lass dich fallen warum haben die uns jetzt wieder entdeckt man kann die waffe gar nicht hier rauspacken lassen kann man die nicht irgendwie ablenken ist egal, die sind eingeschlafen die haben das durch abgebrochen haben, haben die gesagt gerade ich sehe den, ich sehe den, ich gehe zu deiner ladestation du da kommen sie genau um die ecke ja leg mich da klappt nie was hier Kamera, da ist ne Kamera noch eine Kamera dann sind wir durch da hinten muss die sein wir sind aber beim Feindgebiet hier ne da oben ist die da oben ist die fuck warum sind die jetzt auf einmal aktiv geworden wir müssen weg hier oh guck mal hier nimm mal da passt zu deiner Größe die all units return to your posts and remain on high alert Okay, einmal rum. So, waren die 56 Meter? Siehst du die jetzt? Da, okay. Hier kommt man nicht lang. Oder? Doch. Dann sind wir auch schon am Ziel. Komm, ich fang dich auf. Jetzt haben wir es geschafft. Yes. 30.000. Ja, wir haben schon viel zu viele kaputt gemacht. Aber schon krass. Am Ende waren es ein bisschen mehr. Aber man wird natürlich besser. Man kann die ganzen Missionen natürlich noch mal spielen. Jetzt haben wir eine Missionsbewertung von einem Stern bekommen. Also da ist noch... Also da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, dann war es das für heute mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen da draußen. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt von uns beiden, dem Alex und mir, dann gerne mal unten in die Kommentare reinpacken. Ein Like da lassen, ein Abo natürlich nicht vergessen. Und ja, unten ist der Link zu unserer Facebook-Gruppe. Und ja, da gerne mal joinen, würden wir uns natürlich freuen. Und ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao. Bis zum nächsten Mal.